guten tag dies ist die letzte cw folge zu dem cw und zwar auch die letzte grundsätzlich weil ich nicht mit coc aufhören keine sorge sondern weil ich in den urlaub gehe für zwei wochen dann ist erst mal mit youtube ende und ich genieße den nicht vorhandenen sommer so und zwar wurde mir gesagt ich soll die sieben angreifen das mache ich dann natürlich auch das sollte machbar sein ich guck bloß mal ich will es jetzt nicht zu hart verkacken ich denke mal hier auf aufspringen beziehungsweise hier so dass ich halt in die compartments komme dass ich das townhouse snacke relativ schnell aber ich könnte natürlich auch hier angreifen wenn ich hier so droppe aber dann ist hier wenn ich das hier aufmache und zusätzlich gleich ein bisschen die cb treffe das mache ich ich denke sollte eigentlich auch ein totaler op fight werden aber ihr wisst ja selber meistens kommt es anders und zweitens als man denkt ist daher so ja genau da kriegt die cb halt schon was ab das ist gut hier ein paar und ich habe es auch wirklich schon gemerkt dass wenn man halt wirklich zu viel bowler schade ein heiler zu viel wenn man zu viel bowler halt wirklich einfach auf einer ecke droppt können die halt auch mal alle im arsch sein dann ist halt mal ende jelände healer brauche ich keine sorgen vorhaben bowler machen wir hier platt das sollte passen so jetzt sollten die rein also hier kommen der king ist schon drin den lasse ich auf keinen fall hier was versemmeln der muss hier definitiv hier townhall kaputt machen genau und jetzt haben wir noch zwei heiler zwei rage auf jeden fall und ich denke die bowler sollten hier noch gut was rasieren ah ich sehe es gerade die lava pups werden hier von beziehungsweise die killen hier meine bowler nach und nach ist nicht viel aber trotzdem sie werden nach und nach gebumst und ja klar ich meine die base war jetzt nicht jeder roller logisch aber wisst ihr was ich meine hätte natürlich genauso in hose gehen können und hier ihr seht ihr seht einfach selber es sind nur kleine lava pups aber meine bowler sind away so und jetzt kommt die queen und sie sagt bämm 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 bitte geh weg du störst mein karma hier bämm junge nähe also das ja passt natürlich wir satt ist natürlich auch wieder so eine easy geschichte gewesen aber sind halt auch wieder drei sichere sterne sind wir mal ganz ehrlich die sind halt eben wirklich im cw dann halt wichtig klar die müssen sein und klar da liefert man dann ab nicht so viel bonus bekommen aber wie gesagt da zählt ganz ehrlich da geht der clan vor da geht der clan vor was soll man da rumheulen und sagen oh jetzt habe ich ja ich hätte ja mehr kriegsbonus bekommen können die leute die dann so denken die gehören nicht in den clan sondern wie gesagt da muss einfach jeder so jetzt gucken wir mal Ola Riesen und und er hat hat zeit Ja Ja Innova Wie gesagt musste sein ganz klar 28 zu 15 das sieht gut aus also 28 bei 15 angegriffenen und hier 16 20 das ist natürlich dann eher die sache die halt nicht so toll aussieht Gucken wir mal an hier wie sieht es aus echt kommen hat marvin angegriffen mit 58 Auch wieder combo ein single ein multi ist denke ich auch wirklich eine gute sache Das ist und ja klar geht natürlich nicht kaputt jetzt glück gehabt das ist noch kaputt gegangen ist das ist halt so eine sache wo du Halt am anfang denkst ja Gechillt alter gechillt ich meine jetzt hat er einen davor gesetzt dass er schon wusste Okay hier aber ist natürlich mega nice von marvin dass er einfach mal schön seine Sprung fallen gedroppt hat beziehungsweise einfach mal hingestellt hat Richtig nice die sind natürlich mal richtig abgegangen und wenn ich da am anfang gleichen magier ausschalten kann natürlich Mega awesome geiles ding auf jeden fall Hier kommen die valküren rein klar und Logisch ihr habt gerade selber gesehen die sind durch die mauer gegangen wie gar nichts gutes auf jeden fall Hier natürlich das problem beziehungsweise für ihn natürlich also für marvin natürlich gut dass der inferno noch mal ein bisschen was gemacht hat Der wurde jetzt aber weggefreezt Aber er hat halt die laber papps die ich ja gerade in meinem angriff gesehen habe beziehungsweise auch eben erwähnt habe Das ist jetzt hier richtig action die kriegen halt die die valküren kriegen halt durch die laber papps noch mal gut ein weg Das ist halt immer genauso wie mit den skeletten Ohne scheiß wie oft hattet ihr das dass ein skelett im kampf einfach mal wirklich Kampfentscheidend ist Ihr habt was weiß ich ein king oder sowas oder besser noch ihr habt magier einen einzelnen magier der die ganze base noch schön Weil halt die def gebäude weg sind ich sage jetzt mal ihr habt mit schweinen geklirrt schweine sind tot Der magier ist der einzige der noch irgendwas reißen kann der nähert sich dem townhall würde es platt machen und dann plopp Kommen die sklette raus ganz klare geschichte hier auf jeden fall Bin in so vollkommen in ordnung das ist vollkommen legitim wenn du sagst hey gut okay cw ist nicht so deins passt ist ist vollkommen das finde ich aber wiederum gut Das ist doch mal eine klare aussage Er sagt halt ey pass auf oder sie je nachdem sagt halt ey pass auf hier Ist nicht so meins und fertig aber nicht ihr seid alle total dumm und so weiter und so fort vollkommen in ordnung Meine hochachtung so macht man es Man ich bin doch auch als ich früher aus ramba zamba rausgegangen bin habe ich auch nicht gesagt ihr seid alles idioten Und fertig Das glaube ich ist klar oder Also ich glaube yolo ist von uns bin ich jetzt der meinung Ich will jetzt nichts falsches sagen aber ich bin schon der meinung Ne also wie gesagt da wirklich einwandfrei auch wenn ihr einen clan verlasst vollkommen in ordnung aber geht mit erhobenem haupt nach draußen Und sagt euch halt einfach so dass das man auch im notfall sage ich jetzt mal einfach auch noch mal anfragen könnte Und auch noch mal angenommen werden würde einfach ordentlich verhalten Einwandfrei das ist richtig So soll es sein Das war's meine leute Ich hoffe es hat euch gefallen mit ein bisschen mehr cw action Und ja wie gesagt ich habe jetzt zwei wochen lang schön urlaub Werde Vielleicht mal ein vlog machen ich weiß noch nicht was kommt Ich habe so ein bisschen was im hinterkopf ach. So ja games.com games.com ist der gusur dabei Ich habe ja bei insta schon die fotos von den Autogramm karten Habe ich mir einfach ganz normales fotopapier das ist ja eh ein bisschen dicker Habt da mein gusur banner Aufgedruckt und dann habe ich die möglichkeit da halt drauf zu unterschreiben weil ich hätte das halt einfach nicht möchte dass ich euch hier irgendwie so So ein blatt papier in der hand drücke und da dann meine unterschrift drauf ist das ist ein bisschen schade Von daher denke ich ist das eine gelungene sache Und dann passt das haut mal rein ich hoffe ihr hattet spaß und was ich mega geil finde die abozahlen gehen wieder hoch Aber es war halt wirklich so dass ich halt echt da gesessen habe und dachte alter Die abozahlen gehen runter die gehen wirklich runter ich habe täglich abos verloren da hat auch alter Krass also die klickzahlen sind zwar gleich geblieben wo ich dann auch wusste gut okay das ist das ist gut Aber die abozahlen gehen runter du bist die ganze zeit halt zwei jahre lang Merkst du abozahlen gehen hoch gehen hoch gehen hoch gehen hoch und auf einmal gehen die runter Da denkst du schon scheiße was ist was ist also weil ich habe jetzt auch nicht das gefühl gehabt irgendwie Vom content her so abartig nachzulassen dass ich jetzt sage ich bringe jetzt nur immer das gleiche klar ihr wisst selber In so einem spiel kann man jetzt nicht wirklich die kuh neu erfinden die hat immer vier beine die hat ein euter Und ist meistens schwarz-weiß ich glaube ihr wisst was ich meine und ich meine eine kuh kann sie natürlich auch gerne mal als zebra Verkleiden aber ich meine bleibt immerhin tier oder also ich glaube ihr wisst was ich meine Und von von daher ist es immer so eine sache man muss halt gucken dass man irgendwie was neues an start bringt aber Höhe ja und das zwanzigtausendste mal halten loot video wie gesagt loot videos müssen sein weil das einfach episch ist klar Aber ihr wisst glaube ich was ich meine und ihr habt ja immer nachgefragt nach hier bringen wir bitte wieder cw 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 Ja Dann muss ich mich auch irgendwo also nicht dieses müssen von wegen ja jetzt muss ich ja sondern dann Beschäftigt man sich damit und sagt sich halt auch gut. Okay die subs wollen halt das und das sehen muss man halt irgendwo auch ein bisschen gucken apropos Bogencheck wolltet ihr auch wieder haben Wie gesagt das ist ja das video vor dem urlaub Ihr dürft euch hier gerne in diesem video bewerben für einen bogencheck seid aber bitte so weit im klaren dabei Ich mache die nächsten zwei wochen nichts das heißt also wenn ihr euch bewerbt bleibt bitte in dem klaren ich gucke dann immer wieder In dieses video rein also sprich wenn ich ich habe zeit ich bin gerade Truppen ausbilden und so weiter und so fort dann gucke ich in dieses video rein nicht in 20 andere sondern in dieses video Gucke ich rein gucke da und da der und der klaren hashtag name Und das war es eigentlich Und da kann man gerne noch was dazu sagen und wie auch immer klar aber wie gesagt so eine sache ist halt Wichtig dass ihr dann in diesem klaren bleibt auch sage ich jetzt mal für die nächsten drei vier fünf wochen Klar hört sich extrem viel an aber ganz ehrlich im normalfall hat man ja einen klaren und jump nicht hin und her So würde ich das sagen und dann würde ich mal sagen ansonsten Blut mäßig ist vollkommen in ordnung Gucken wir noch mal ganz kurz rein hier Wenn ich gucke hier ist das okay das ist jetzt nicht die welt klar plus bonus ist es aber im normalfall Ganz in ordnung Und auf jeden fall definitiv viel mehr als halb im queenwalk Also beim queenwalk konnte ich halt nur immer townhall neuner angreifen und hier geht man ganz easy auf dem townhall 10er zu wenn er nicht gerade Beide infernos auf single hat geht man hin mit ihm kurz nieder Und kriegt noch ein bisschen was dabei auf jeden fall das war's von mir ich hoffe ihr Hattet daran spaß wenn dem so ist dies ist ein finger nennt sich auch daumen den dürft ihr gern wenn ihr möchtet nach oben drücken und dann ist das Chico ich wünsche euch was nicht rein